Achtung, ein wichtiger Hinweis. G2Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die Zahl der Intensivbelegungen nehmen wir aus dem DW-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, Pressemitteilungen und Presseanfragen. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssee. Wir danken euch im Voraus für eure Unterstützung. Ja, und noch ein Hinweis, ihr findet uns auch bei Telegram. Kommt in den Telegram-Kanal von V2Media, informiert euch, tauscht euch aus. Unsere täglichen Filme sowie Sondersendungen, die gibt es auch auf der kostenfreien Plattform Odyssee. Ihr findet V2Media auch auf Facebook, auf DLive, da gibt es unsere Live-Übertragungen. Und wer mit uns direkt in Kontakt kommen möchte, der schickt uns eine E-Mail an v2media.gmx.de. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei V2Media. Es ist Dienstag, der 24. Mai und selbstverständlich auch heute wieder wie gewohnt für euch. Alles rund um die Corona-Zahlen, Daten und Fakten und Neues aus der Politik. Aber wie gewohnt als allererstes der Blick auf die Belegung der Intensivstationen. Heute am 24. Mai stand 18 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister. Deutschlandweit 717 Personen an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen, die dort auch versorgt werden. Und noch der Blick in die Länder, der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Da liegen wir heute in Bayern bei 3,9 Prozent, in Baden-Württemberg unverändert bei 4,0 Prozent, in Thüringen bei 3,2 Prozent und in Sachsen bei 4,1 Prozent. Das sind die Personen, die an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen und dort versorgt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn, so als kleiner Hinweis, der Einlieferungsgrund auf die Intensivstationen kann ein ganz anderer sein. Wenn dann aber der positive PCR-Test zusätzlich oben drauf kommt, dann geht man eben in diese Zahlen ins DIVI mit ein. Aber man sieht der Trend auch weiter rückläufig zu gestern, zu heute wieder weniger Personen an oder mit Covid-19. Also Panik raus. Das war es mit den Zahlen für heute und jetzt schauen wir zusammen in die Meldungen. Ja und heute am Dienstag hat die STIKO eine Empfehlung ausgesprochen. STIKO empfiehlt Corona-Impfung für alle 5- bis 11-Jährigen. Corona überstanden aber trotzdem zur Impfung. Das ist meine Überschrift. Denn etliche Kinder waren bereits infiziert. Deshalb sollen sie nur eine Impfung erhalten. Das ist so eine Argumentation von der STIKO. Das heißt, die hatten schon Corona gehabt. Alles gut überstanden. Und nach dem überstandenen Corona, nach der Corona-Infektion überstanden, dann nochmal zur Impfung. Erstmals gibt die STIKO eine konkrete Empfehlung ab für Corona-Impfung bei Kindern zwischen 5 und 11. Demnach sollen sie nur eine Impfdosis erhalten, weil viele von ihnen bereits infiziert waren. Für manche Kinder gelten jedoch abweichende Regeln. In Deutschland dürfte nach Einschätzung der ständigen Impfkommissionen zwischen der überwiegenden Teil der Kinder eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Und die STIKO empfiehlt deshalb allen Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren zunächst nur eine Covid-19-Impfstoffdosis. Wie das beim Robert-Koch-Institut ansässige Gremium mitteilte. Bisher gab es keine generelle Impfempfehlung für diese Altersgruppe, sondern nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopersonen. Eltern steht es aber frei, ihre Kinder trotzdem impfen zu lassen. Nach Angaben der STIKO soll die Impfung vorzugsweise mit dem Vakzin von BioNTech und Pfizer für diese Altersgruppe erfolgen. Alternativ ist auch eine Kinderdosis von Moderna ab sechs Jahren möglich. Die Impfung soll frühestens drei Monate nach einer Infektion verabreicht werden. Und die STIKO schätzt, dass der Anteil der 5 bis 11-Jährigen, die bereits mindestens einen Kontakt mit dem SARS-CoV-2 Antigen hatten, Ende März 77,5 Prozent betrug. Auch Kinder, bei denen noch keine Infektion nachgewiesen wurde, sollen zunächst nur eine Dosis erhalten. In Deutschland sind knapp 20 Prozent der 5 bis 11-Jährigen vollständig geimpft. Ja, was soll man dazu sagen? Also wenn die Kinder das überstanden haben, was sie im wirklich großen Teil ohne Probleme machen, warum dann noch impfen? Ja, muss sich jeder selber sein Bild drüber machen. Aber die STIKO hat empfohlen. Und gesunde Kinder, die schon die zweimalige Impfung erhielten, sollen laut STIKO vorerst nicht erneut geimpft werden. Für Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf bekräftigt die STIKO die Empfehlung einer Grundimmunisierung mit zwei Dosen sowie für eine dritte Auffrischimpfung. Also auch hier geht man dann ins Boostern über ansonsten, wenn keine Vorerkrankung ist, doppelt geimpft und alles andere einmal geimpft. Es ist verrückt. Es ist nicht nachvollziehbar. Und der Lauterbach will den Anspruch auf die kostenlosen Corona-Tests verlängern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Anspruch auf die kostenlosen Corona-Bürgertests auch über den 30. Juni hinaus verlängern. Das berichtet der Bremer Weser Kurier. Der Lauterbach, der zum Auftakt des Deutschen Ärztetages nach Bremen gekommen war, sagt auf Nachfrage, er plane eine Verlängerung des Anspruchs und werde sich dazu mit den Ländern abstimmen. Die Testverordnung des Bundes, in der unter anderem auch der Anspruch auf die kostenlosen Bürgertests geregelt ist, läuft zum Ende des kommenden Monats aus. Und da möchte man natürlich dann auch weiter testen, weil was wäre denn die Pandemie ohne Tests? Und die Bundesärztekammer hält Bestellung neuer Corona-Impfstoffe für voreilig, für 830 Millionen umsonst bestellt. Die deutsche Ärzteschaft hält es für voreilig, dass die Bundesregierung für 830 Millionen Euro neue Corona-Impfstoffe bestellt hat. Das ist nur sinnvoll, wenn diese Impfstoffe schon an die neue Virusvariante angepasst sind, also wirksamer als die bisherigen. Aber noch wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt, sagt der Präsident der Bundesärztekammer, der Klaus Reinhardt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also man bestellt schon mal ein Vorrat, ein Vaccine, wo man gar nicht weiß, was es überhaupt kann, geschweige dem, was es dann eventuell im Herbst kann. Ein angepasstes hat man noch nicht bestellt oder hat man vielleicht schon bestellt, ist ja aber noch nicht. Da wird man dann auch sofort bestellen. Dann hat man nämlich, so wie der Herr Lauterbach das meint, etwas für die Delta und für die Omikron-Variante. Wenn dann Delta nicht kommt und Omikron genauso harmlos ist wie jetzt, tja, dann geht es halt in den Mülleimer. Sind ja nur die Steuergelder. Und die Mediziner warnen vor einer neuen Corona-Welle im Herbst. Für uns jetzt nicht überraschend die Herbstwelle und zum Auftakt des Deutschen Ärztetages in Bremen. Ihr merkt, da kommen heute viele Meldungen her, denn die treffen sich in Bremen und der Lauterbach war auch dabei. Haben Mediziner ein konsequentes Handeln im Blick auf eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst angemahnt? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte es sei notwendig, gut vorbereitet zu sein. Deswegen hat er ja schon Impfstoff bestellt. Die Pandemie ist leider nicht vorbei. Wir werden im Herbst mit mehr Infektionen und neuen Varianten rechnen müssen. Da ist er sich schon wieder sehr sicher, betont der Minister bei der Eröffnung. Alles andere wäre eine kollektive Dummheit und ein Skandal, sagt der Herr Lauterbach. Nach so werde ein neues Infektionsschutzgesetz benötigt, das sich nicht allein auf eine Maskenpflicht in den Räumen beschränke, erläutert Lauterbach sein Ministerium, bereite eine neue Impftest- und Behandlungsstrategie vor. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte ein vorausschauendes Pandemie-Management. Wir alle gehen davon aus, dass die Infektionszahlen im Herbst aller Voraussicht nach wieder steigen werden, sagt er. Deshalb würden Zielgruppen gerechte Informationskampagnen für eine höhere Durchimpfungsrate benötigt, sowie Hygienekonzepte und Notfallpläne, um für eine neue Virusvariante gewappnet zu sein. Und zudem müssten ausreichend Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Über dies müssen Strategien entwickelt werden, mit Kitas und Schulen offen gehalten werden könnten. Das kam heute alles aus Bremen. Also hier sieht man schon mal, dass die Maskenpflicht alleine für die Innenräume das nicht sein kann. Da kommt also wieder mehr natürliche Impftest- und Behandlungsstrategie. Also dreimal geimpft, dann ist wahrscheinlich wieder so einiges machbar. Getestet natürlich, da ist vielleicht nur ein bisschen was machbar. Ach, was soll's, wir warten einfach mal auf die Herbstwelle. Und heute natürlich dann auch im Rahmen eben dieser Konferenz. In Bremen gab es dann auch eine Pressekonferenz bezüglich der Affenpocken. Der Herr Lauterbach hat darauf bestanden, dass es diese Pressekonferenz gibt, um die Öffentlichkeit zu informieren. Dabei war auch natürlich, wir können es anders sein, der Leiter des RKI, der Herr Lothar Wieler und der Dr. Klaus Reinhardt war auch mit dabei. Und die Aussage, die merken wir uns, weil es könnte ja sein, dass die Herrschaften ihre Aussage irgendwann mal wieder widerrufen wollen, werden können, wie auch immer. Aber wir haben sie ja im Programm gehabt und somit verewigt. Das ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie. Ja, Affenpocken, Infizierte und ihre Kontaktpersonen sollen sich Minister Lauterbach zur Folge für mindestens drei Wochen isolieren. Und die Bundesregierung hat außerdem 40.000 Dosen Impfstoff bestellt. Für den Notfall, da war er auch dann ein bisschen entspannter, Herr Lauterbach. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht nicht davon aus, dass die Affenpocken in Deutschland zu einem großen gesundheitlichen Problem werden könnten. Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie, sagt er auf einer Pressekonferenz beim Deutschen Ärztetag in Bremen. Dennoch müsse man die aktuellen Ausbrüche ernst nehmen. Es hat schon sehr häufig Ausbrüche gegeben und sie können durch Kontaktnachverfolgung und Vorsicht gut eingedämmt werden, sagte Lauterbach. Man wisse jedoch nicht, warum die Ausbrüche derzeit anders verlaufen als zuvor. Eine Möglichkeit sei, dass der Erreger sich verändert habe. Eine andere Möglichkeit sei, dass die Anfälligkeit der Menschen für den Erreger sich verändert habe. Das alles gilt es jetzt herauszufinden, sagt er Lauterbach. Also er sagt schon mal keine Pandemie, aber sie müssen noch vieles herausfinden und dann könnte es eventuell sich dann doch wieder ändern. 40.000 Pocken Impfstoffdosen hat er bestellt. Der Minister erklärte, wie das Bundesgesundheitsministerium zusammen mit dem Robert-Koch-Institut diesbezüglich nun vorgehen will. Wenn wir Ausbrüche früh eindämmen, dann haben wir die Möglichkeit, dass sich der Erreger nicht beim Menschen einnistet und endämisch wird, sagt Lauterbach. Auch daher werde dazu geraten, dass Infizierte sich mindestens 21 Tage isolieren sollen, mindestens so lange, bis die Krusten abgefallen sind. Denn die können noch ansteckend sein, ergänzt er. Auch Kontaktpersonen werde dringend empfohlen, sich für drei Wochen zu isolieren. Die Bundesregierung hat 40.000 Impfstoffdosen bestellt, um sich auf mögliche Ringimpfungen vorzubereiten, also Kontaktpersonen von Affenpocken, Infizierten schnell zu impfen. Ob wir das dann auch tun müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, so Lauterbach. Eine Impfung könne sowohl eine Ansteckung verhindern, als auch den Ausbruch der Krankheit verhindern oder verzögern. Auch das merken wir uns. Ja, mehr als 250 Affenpocken weltweit. Symptome wissen wir. RKI hat jetzt auch eine Webseite oder eine Extra-Seite eingestellt, die FAQs extra jetzt für Affenpocken bereitgestellt. Und die werden dann auch immer wieder aktualisiert. Also, wir gucken mal, was mit den Affenpocken noch so auf uns zukommt. Und für den Herrn Montgomery war es ja dann schon wieder Anlass, eventuell auf den nächsten Impfzug aufzuspringen. Ihr wisst ja, er ist ein Verfechter des Impfens. Es gibt, glaube ich, für ihn nichts Schöneres als Ärztekongress und Impfen. Und da habe ich einen Auszug aus dem Merkur-Artikel. Kommt die Affenpocken-Impfung? Fragezeichen. Weltärzte-Chef Montgomery nennt Befürchtung für Menschen unter 40. Und wir schauen nun mal den einen Absatz an. Ja, Pocken-Impfung gegen Affenpocken. Deutschland prüft Schutzoptionen gegen das Virus. Bei der Entscheidungsfindung angesichts des Dilemmas baut die Politik offensichtlich entscheidend auf den Rat der medizinischen Forschungsstellen. Wir brauchen zeitnah eine Aussage des STIKO, ob der in der EU nur für die Impfung gegen Pocken zugelassene Impfstoff auch gegen Affenpocken angewandt werden kann, äußerte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holeczep dem deutschen Nachrichtenportal der Pioneer gegenüber. Während Bund und Länder auf Rat von STIKO, WHO und RKI warten, sprach sich nun auch der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery den Zeitungen der Funken-Mediengruppe gegenüber. Wer hätte es gedacht für eine Impfung aus? Wer gegen die Pocken geimpft ist, hat einen guten Schutz, sagt er schon. Die anderen wissen es noch nicht. Er ist sich sicher und er steht schon mit der aufgezogenen Spritze bereit. Und Impfen ja, aber keine Impfpflicht. Das kommt von Herrn Holeczek aus Bayern. Müssen das Thema ernst nehmen. Die Verbreitung und Ausbreitung ist ungewöhnlich. Ich glaube, dass das nicht der Weg in eine neue Pandemie ist. Glauben heißt nicht, Wissender Holeczek, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holeczek zu den Affenpocken. Und im Weltinterview betont er, man muss jetzt handeln. Impfen sei jetzt ein entscheidendes Thema. Also um die Affenpocken rundum zum Impfen. Und was gibt es noch? Ja genau, dann schauen wir mal, was für ein Affenpocken oder was ein Pockenimpfstoff ist. Das ist ja nicht direkt ein Affenpockenimpfstoff, sondern ein Pockenimpfstoff bestellt wurde. Das ist von der Firma, das heißt Imavanex. Und die hat die EU-Zulassung für ihren Pockenimpfstoff erhalten und zwar 2013. Und das ist ein bayerisches Produkt oder ein mitbayerisches Produkt. Denn Bavarian Nordic verkündet, dass die Europäische Kommission die Marktzulassung für Imavanex, für die aktive Immunisierung gegen Pocken für die allgemeine erwachsene Bevölkerung gewährt hat. Das ist ein Artikel, den habe ich gefunden, also zugelassen seit 2013. Aber nicht für die Vorbeugung, habe ich mir aufgeschrieben. So habe ich das mal gelesen. Also auch schon wieder komisch ist er jetzt zugelassen, in welchem Rahmen. Und selbst der Herr Wieler hat heute nochmal zugegeben, dass es bei den alten Pockenimpfstoffen sehr viele Nebenwirkungen gab. Bei dem jetzt hier explizit soll es wohl anders sein. Und deswegen kann man den dann eventuell auch für eine Ringimpfung nehmen. Aber er ist in Amerika, glaube ich, voll zugelassen. Aber in Deutschland, genau. Ja, genau. In der USA ist er zugelassen. Weil die mit der US-Regierung entwickelt worden ist, genau. Und in Deutschland eben ganz komisch. Nicht für die Vorbeugung. Bleiben wir nochmal dran. Werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Und dann gehen wir noch einen kurzen Abstecher nach Davos. Neue Werte, Freiheit statt Profit. Heute hat natürlich die Frau von der Leyen gesprochen. Und der NATO-Mensch Stoltenberg hat auch seinen Senfer da oben abgegeben. Freiheit ist wichtiger als Freihandel. In Davos sortiert der Westen seine Werte neu. Hier ein Artikel aus der Welt. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sucht der Westen neue Wege. Doch hinter dem Aufbruch stecken auch fragwürdige Kompromisse. So soll die Zusammenarbeit mit einem Diktator gestärkt werden. Führende politische Vertreter haben beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Einheit des Westens und der Europäischen Union beschworen. Das ukrainische Volk habe im Angesicht des russischen Überfalls für seine eigene Freiheit und für die Menschheit eingestanden, sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deswegen ist auch der Herr Selenskyj jetzt unter den Top 100 von dem Times Magazine von den einflussreichsten Menschen gelandet. Ja, wir stehen ihm bei. Das ist ein entscheidender Moment für die Demokratie der Welt. Die Aggression des russischen Präsidenten Wladimir Putin muss sich als strategisches Versagen herausstellen. So von der Leyen, dass unter diesen Umständen nicht alle Ideale des Westens gleichrangig zu behandeln sind, wurde insbesondere bei der Ansprache von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg deutlich. Internationaler Handel hat uns zweifellos großen Wohlstand gebracht, sagt der Norweger. Aber so der NATO-Chef vor der versammelten Wirtschaftselite. Wir müssen erkennen, dass unsere wirtschaftlichen Entscheidungen Konsequenzen für unsere Sicherheit haben. Daher müsse gelten, Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Der Schutz unserer Werte ist wichtiger als Profitsagen. Denn die in Davos, ihr wisst, tausend Vertreter von den Top-Firmen, alle über 5 Milliarden Umsatz, reden jetzt wieder davon, dass sie auf Profit verzichten. Ich glaube, die meinen damit jemand anderen, aber nicht sich selber. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat er noch in seiner Rede so einen Seitenheb in Richtung China gegeben. Und zugleich grenzt Stoltenberg die NATO nicht nur von Russlandschaft ab, sondern auch von China, dass er implizit mit der Putin-Autokratie auf eine Stufe stellt, dass Wirtschaftsbeziehungen, Anfälligkeiten erzeugten Bezüge sich nicht nur auf Russland, sondern eben auch auf die Volksrepublik. Und mit ihr gäbe es ein weiteres autoritäres Regime, das nicht unsere Werte teilt und das die regelbasierte internationale Ordnung unterminiert. Und das passt so auch zu dem Twist jetzt gestern zwischen USA und China bezüglich Japan. Also auch hier ein eventuell neuer Herd, wo es brodelt. Und dann haben wir noch Neues von ihr. Jawohl, die Hele-Affäre um Lambrecht-Zone. Ein eigenes Ministerium zweifelt an Rechtmäßigkeit. Ihr wisst, die waren vehement und haben gesagt, ey, alles war top, hat sie gut gemacht. Und eigentlich müsste die Konsequenz aus der neuen Erkenntnis jetzt der Rücktritt sein. Denn war beim Helikopterflug mit ihrem Sohn Richtung Sylt doch nicht alles rechtens ausgerechnet. Im Ministerium von Christine Lambrecht gibt es inzwischen Zweifel an der bisherigen Darstellung. Im Zusammenhang mit dem Flug des 21-jährigen Sohnes von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht äußern Juristen des Verteidigungsministeriums, nach Informationen von Business Insider, Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Aus Ministeriumskreisen heißt es, dass der Fall im Nachhinein von der Rechtsabteilung unter Chefjurist Jan Stöß geprüft wurde und in einem Vermerk als kritisch bewertet worden sei. Die Argumentation, Lambrecht hätte entsprechender Vorschriften entweder als Verteidigungsministerin oder als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr eine Maschine der Flugbereitschaft buchen können. Befehls- und Kommandogewalt nennt man E-Book. Als Ministerin wäre sie aber in der Prioritätenliste relativ weit unten gewesen. Vorteil hierbei, aber sie hätte laut der Richtlinien für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft zur Beförderung von Personen des politischen und parlamentarischen Bereichs einen Begleiter mitnehmen können, wie ihren Sohn, genauso argumentierte Lambrechtsministerium auch bisher. Ja, Lambrecht landete in der Prioritätenliste dann weiter oben. Das Problem daran, Lambrecht soll die Maschine nach Informationen von Business Insider aber als E-Book geordert haben. Damit würde sie weit oben auf der Prioritätenliste landen, hätte aber eigentlich laut Bundeswehrvorschriften keine privaten Begleiter mitnehmen können. Allenfalls unter Berufung auf Vorschriften zur besseren Vereinbarkeit von Achtung, Familie und Beruf hätte man Kinder mitnehmen können. Das heißt also, die dürfen Kinder mitnehmen, wenn jetzt der Babysitter ausfällt, dann sagt man, damit es Job und Privates, okay, wusste ich auch nicht, neue Erkenntnis. Und doch zum einen, sowohl die Auffassung vom Ministeriumsjuristen, ist das bei einem erwachsenen Kind wie Lambrechts Sohn mit 21 schwierig zu argumentieren und zum anderen sei auch unklar, ob die Regeln wirklich für die Ministerin hätte gelten können. Ähnlich berichtete zuletzt auch die Welt. Trotzdem behauptet Lambrecht, bis jetzt sei rechtlich alles korrekt gewesen. Doch intern formuliert das Haus inzwischen eine in vertraulichen Unterlagen juristische Bewertung des Falls deutlich vorsichtigter als bisher. Schauen wir mal, ob es Konsequenzen gibt. Ich glaube ja mal wieder nicht. Und es kommt noch ein Hammer, was auch jetzt erst rausgekommen ist. Denn Autos fuhren leer hinterher. Eine parlamentarische Anfrage des CDU-CSU-Verteidigungsexperten Florian Hahn zeigt, dass die Kosten für den Aufwand des Truppenbesuchs deutlich höher sind als die gezahlten 261 Euro. Die hat ja die Frau Lambrecht für ihren Sohn bezahlt. Denn während Lambrecht und ihr Sohn geflogen waren, fuhren zwei Fahrzeuge inklusive Personenschützer von Berlin aus Leer, die 470 Kilometer nach Ladelund, wo der Hubschrauber gelandet war. Die Kosten dafür sind unklar. Mit den Fahrzeugen fuhr Lambrecht dann in den Urlaub. Begründet wird der Flug damit, dass am 13. April Lambrecht bis 12 Uhr an der Kabinettssitzung teilgenommen habe und der Truppenbesuch von 14 bis 16.30 Uhr angesetzt war. Und das Ministerium schreibt in seiner Antwort, kein anderes dienstliches Transportmittel oder öffentliches Verkehrsmittel hätte dies alternativ sicherstellen können. Die Kabinettssitzungen sind immer mittwochs und dauern in aller Regel bis in die Mittagszeit. Ja, hätte man vielleicht Termine anders legen können. Aber ich vergaß, da war ja dann Ostern und sie wollte ja mit ihrem Sohn in den Urlaub. Also lässt man zwei Limousinen leer, nur mit Personenschützer, Beschützer dann auffahren und sie dann in den Urlaub chauffieren. Und das World Economic Forum spricht von menschengemachten Klimawandel. Ja, da wären wir doch wieder. Und wie der Herr Habeck so schön sagt, wir müssen alle sparen. Also ihr, nicht ich. Denn hier auch wieder zweierlei Maß. Und dann kommt noch ein toller Artikel aus dem Fokus. Er will Ruhm, Siemer, Freizeit, Lauterbach und Lambrecht werden für Scholz zum Problem. Hätte ich eine schnelle Lösung, Rücktritt. Der Bundeskanzler hat zwei Probleme. Sie heißen Christine Lambrecht und Karl Lauterbach. Die beiden SPD-Minister werden ihrem Amt nicht gerecht. Das zeigt längst Auswirkungen auf den Rest der Regierung und deren öffentliche Wahrnehmung. Politik ist kein Selbstzweck, sollte man meinen. Schon gar nicht, wenn es um Kabinettsposten geht. Nicht umsonst müssen Politiker schwören, sie werden ihre Kraft im Wohle des deutschen Volkes widmen und ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen. Sollte man vielleicht allen nochmal ins Gedächtnis rufen, zum Wohle des deutschen Volkes und nicht zum Wohle, naja, ein harter Job. Keine Frage, aber nicht ohne Privilegien. Und was wirklich gar nicht gut ankommt, ist, wenn ein Minister oder eine Ministerin die Vorzüge, die das Amt mit sich bringt, nutzt, ohne den dazugehörigen Pflichten nachzukommen. Naja, ich glaube, da waren sie jetzt keine Ausnahmen, die zwei. Genau diesen Eindruck erwecken gerade zwei Kabinettsmitglieder der SPD, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Er macht auf Poliz da im deutschen Fernsehen. Sie schaffiert ihren Erwachsenensohn im Regierungshubschrauber. Beide interessiert an ihrem Job offensichtlich nur das, was ihnen Nutzen bringt und sich mit unspannenden Materien zu befassen und anzupacken. Darauf haben, so scheint es weder Lauterbach noch Lambrecht Lust. Im Gesundheitswesen herrscht große Unzufriedenheit mit dem Herrn Lauterbach. Gerade findet in Bremen der 126. Deutsche Ärztetag statt. Er hat ein Treffen, bei dem neben Medizinern auch jede Menge andere Experten aus der Gesundheitsbranche vor Ort sind. Wer mit Teilnehmern spricht, der muss nicht lange warten, ehe die ersten kritischen Kommentare über Lauterbach fallen, auch wenn dieser selbst anwesend ist. Viele sind unzufrieden mit der Arbeit ihres zuständigen Ministers, wohl auch, weil Lauterbach Talkshow-Auftritte regelmäßig seinen Verpflichtungen vorzieht. Wie Fokus Online aus Kreisen des Gesundheitsministeriums erfuhr, werden Termine dort regelmäßig verschoben oder gleich ganz abgesagte SPD-Politiker trete lieber regelmäßig im TV auf. Ja, das wissen wir. Und nicht nur das. Kürzlich teilte Lauterbach stolz ein Bild mit dem bekannten Buchautor Benjamin von Stuckrad Barre auf Instagram. Wir haben über die Rolle von intellektuellen und offenen Briefen in der Zeit des Ukraine-Kriegs gesprochen. Steht darunter, man habe gemeinsam einen langen Spaziergang gemacht. Während Lauterbach spaziert, warten andere seit Monaten dringend auf einen Termin mit dem Minister, um etwas zu besprechen, wie Gesetze vorangebracht werden können oder um zu diskutieren, ob den unausweichlichen Beitragserhöhungen in Kranken- und Pflegeversicherungen noch entgegengesteuert werden kann. Doch hier sieht Lauterbach offenbar keinen Zeitdruck. Naja, ist ja auch nicht sein Geld, wenn die Krankenkassenbeiträge für die Bürgerinnen und Bürger erhöht werden. Und SPD-Minister schwänzt Ausschusssitzungen und nimmt sich stattdessen Zeit für TV-Auftritte. Auch die Abgeordneten sind frustriert. Erst kürzlich hatten sie im Gesundheitsausschuss gehofft, der Minister ließe sich mal wieder in einer ihrer Sitzungen blicken. Immerhin ging es auch um die Corona-Lage. Von Lauterbach fehlt jedoch jede Spur. Der saß zu dieser Zeit stattdessen im öffentlich-rechtlichen Morgenmagazin für ein Interview. Die Prioritäten sind klar. Lauterbach genießt seine Medienpräsenz. Was hinter den Kulissen passiert, wird oft hinten angestellt. Mann, da könnte man doch auch sagen, absolute Arbeitsverweigerung. Dabei wäre eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt, um sich mit liegen gebliebenen gesundheitspolitischen Baustellen zu beschäftigen. Die Corona-Lage hat sich dafür ausreichend beruhigt. Doch Lauterbach hat schon ein neues Thema. Die Affenpocken. Eine seltene Krankheit, die Mitte Mai auch erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde. Viele im Gesundheitswesen schütteln schon jetzt mit dem Kopf. Zwar sei es wichtig, Vorsorge zu treffen. Allerdings fürchte man schon jetzt, Lauterbach könne sich hier in etwas hineinsteigern. Seine nächste Chance auf ein paar Monate Rampenlicht. Toll geschrieben von Fokus. Toller Artikel. Und dann schauen wir noch mal zu ihr, was in dem Artikel steht. Lambrecht ist nicht für ihren Drang zu Überstunden bekannt. Mit zu wenig Rampenlicht hat auch Christine Lambrecht nicht zu kämpfen. Ihr Haus, das Bundesverteidigungsministerium steht, derzeit im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit der Bundeskanzlerin. hat hier für eine historische Zeitenwende angekündigt. Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll investiert werden, um aufzurüsten. Für Lambrecht eigentlich die Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Problem. Die SPD-Politikerin ist nicht gerade für ihren Drang zu Überstunden bekannt. Im Gegenteil, immer wieder stand Lambrecht in den vergangenen Wochen in der Kritik, weil sie sich nicht genug engagiert. Etwa soll sie das zeitintensive Einführungsprogramm in ihren neuen Job verweigert haben. Von dem Kennenlernen der Truppen mal ganz abgesehen. Reisen zu internationalen Partnern gab es bisher nur wenige. Und bei einem Auslandstermin in den USA soll die Ministerin sogar um ausreichend Freizeit gebeten haben. Damit erweckt Lambrecht den Eindruck, als interessiere sie sich nicht sonderlich für ihren neuen Posten. Gleichzeitig sorgt die ehemalige Justizministerin für Aufsehen, weil sie ihren erwachsenen Sohn in einen Hubschrauberflug zu einem Amtstermin mitnahm, der auf dem Weg in den gemeinsamen Sylturlaub lag. Bereits das hinterließ einen Fadenbeigeschmack und während das Bundesverteidigungsministerium die Reise zunächst verteidigt, sollen Not Business Insider mittlerweile Juristen der Rechtsabteilung Zweifel an der Rechtmäßigkeit haben. Hatten wir gerade im Artikel Lambrecht gilt auch hier. Ein denkbarer Unvorteil ergibt ein unvorteilhaftes Bild ab, das den Eindruck erweckt, als wolle sie vor allem die Vorteile ihres Ministerinnenamts nutzen, ohne die Pflichten entsprechend nachzukommen. Und in der Ampel wächst die Unzufriedenheit an den SPD-Ministern. Das überspringen wir. Also ihr seht, da gab es auch mal so einen kleinen, von der Pressekonferenz schon ewig her, da hat ein Abgeordneter auch gesagt, er hat noch nie einen fauleren Politiker wie den Herrn Lauterbach kennengelernt, da war auch der Herr Spahn dabei gesessen. Also die ändern sich nicht, die machen hier ein chilliges Leben. Die Kohle läuft und morgen haben wir auch noch so einen Fall von einer, ja, von einem Mitglied des Bundestages, die gerade richtig gut doppelt abkassiert und sich eigentlich für mehr und höhere Löhne einsetzen soll. Aber ich denke, für heute war es das von den Themen. Hier nochmal unser Hauptthema. Ja, so ist es, so verrückt und so läuft es. Ich hoffe, ich konnte euch den Tag und die Neuigkeiten wieder gut zusammenfassen. Ihr wisst, teilt, liked, kommentiert, wie immer, versachlich, konstruktiv. Schaut in unseren Telegram-Kanal, tauscht euch auch dort aus. Und ja, danke an alle da draußen, die Free-Truth-Media uns unterstützen und dieses Format eben möglich machen. Ihr seid spitze und wenn auch du uns unterstützen willst, schau einfach in die Kanal-Info bei YouTube oder Odyssey oder schreibe uns bei Fragen eine E-Mail an free-truth-media.gmx.de. Denkt an die Rubrik nachgefragt. Auch die geht selbstverständlich weiter, wenn ihr Fragen habt. Wir sind für euch da und ja, wir bleiben hier auch am Ball, auch wenn es momentan echt heftig ist. Lange dauert, zäh ist, viel Arbeit ist, aber es lohnt die Mühe für die Informationen, die wir euch dann zur Verfügung stellen können. Mein Gedanke zum Schluss ist ein ganz einfacher. Es wird eben immer von anderen gesprochen. Auch in Davos beim World Economic Forum heißt es, Gürtel enger schnallen. Die machen es natürlich nicht. Die meinen schon immer die anderen, also uns. Das heißt, alles wird teurer. Der normale Bürger leidet darunter, aber die Elite natürlich nicht. Und deswegen haben die natürlich auch leicht reden und können hier sich ja völlig, wie soll ich sagen, außer Rand und Band verhalten. Aber auf den kleinen Bürger, auf den normalen Menschen, so wie wir das sind, da wird momentan wenig Rücksicht genommen, wenig geschaut. Das wird schon alles irgendwie gehen. Und der Bürger und die Bürgerinnen werden das schon alles irgendwie mitmachen. Denn das Schlimme ist, der Großteil tut es. Es gibt keine Sitzblockaden vor den Tankstellen. Denn trotz dem günstigen Ölpreis des Barrel-Öl ist jetzt nicht unbedingt teurer, sind die Spritpreise enorm. Es hat lange gedauert, bis sich hier etwas bewegt. Ab 1. Juni soll es dann so ein bisschen nach unten gehen mit dem Preis. Alle Länder außenrum haben schon lange andere Preise. Also auch hier sieht man, man will nicht unbedingt hier im Wohle des deutschen Volkes handeln, habe ich oft das Gefühl. Und deswegen ist es wichtig, denen Menschen auch aufzuzeigen, die für das Wohl des deutschen Volkes zuständig werden, was sie eigentlich für Menschen sind, wie sie denken und vor allem, wie sie ihren Job ausführen. Und genau das machen wir. Und da bin ich froh, dass ich ein Teil von sogenannten alternativen Medien bin. Auch wenn wir es schwer haben, oft zensiert werden. Aber wir tun das, um vielleicht immer auch ein Stück mehr Gerechtigkeit zu etablieren. Und in diesem Sinne, genießt noch euren Dienstagabend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei Free Tooth Media. Wir sehen uns einmal tief durchatmen. Es ist verrückt, es bleibt verrückt. Aber wir sind viele. Ganz wichtig, bleibt in der Mitte. Denn wie ich das gestern schon gesagt habe, das Gute wird am Ende einfach oben drüber stehen. Über allem. Und was das Gute ist, das werden wir sehen. Und wie ich schon gestern gesagt habe, am Ende machen wir den Strich drunter. Und dann schauen wir mal. Also durchatmen, in der Mitte bleiben, entspannt bleiben und vor allem sich weiter gut und breit informieren. Und dann kommen wir auch weiterhin durch diese turbulente und verrückte Zeit. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder hier bei Free Tooth Media. Euer Dirk. Untertitelung des ZDF, 2020